So, meine Damen und Herren, da fangen wir an mit, äh, wir machen weiter mit der Kampagne, mit der Kampagne, mhm, unter Mission 3, ich hab auch schon hier schon ausgewählt, dass ich jetzt hier den mittleren Kreis einfach einen erhöht habe. Und dann würde ich da hier den mittleren weitermachen, und ich fiel voll ab und den Nachhörspieler hier. Auf jeden Fall starten wir mit Mission Nummer 3, Spionageschule. In attendance, Forgotten Kapitän Seidel, Kriegsmarine German Navy, Obersturmbannführer Richter, Ausland SD, Nazi Foreign Intelligence, Obersturmbannführer Sauer, Mulder's Representative, Hauptmann Brühl, Head of Security. Local Resistance says he's a crackshot. It's quite the guest list. Operation Kraken has to be something big. But that's never stopped me before. Oh, 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 oh. Ja, Digi, wo starte ich denn? Da unten. Äh, ja, Fertigkeiten hatte ich ja schon gemacht. Es gibt einen Puffdomodus. Oh, Moment. Wie weit kann ich denn? Okay. Schade, ich dachte, ich kann ja mal über die gesamte Map fliegen. Äh. Okay. Ja, ich habe nebenbei auch schon auf meinem Ding einen Schall, der bleibt jetzt drauf. Holy moly, Macaroni. Mission 3, Weitschuss. Noch ein Scharfschütze vielleicht irgendwo. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Ah, ich hab irgendet. du das gefällt mir auch wenn sie nach die ps4 so dass die gar nicht mal so facken schlecht aus natürlich kann es dafür nicht sprechen wie es aussieht wenn es auf der ps4 direkt gespielt wird weil er ist auf der ps5 spieler die das eigentlich eine 1a sniper haben Die Scharfschützen sind erledigt. Die Gingi macht halt mal nach. Die erste Fahne. Die Frage ist, stehen sie unten oder stehen sie oben? Die Gingi macht halt mal her. also waren verschwunden dann das auch immer auch verschwunden okay ist auch nur gestiegen ja 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 Das wird sehr gut sein. 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 Hallo? Lächerlich. Das wird sehr gut sein. 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 Ich kann nichts anderes finden. Ich muss sagen, dass ich bisher die einfachste, die ich jemals in meinem fucking Leben gespielt habe. Aber kommt alle den ganzen Weg da runter, oder was? Was ist hier? Ja. Oh? 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 Was ist das? Ich muss jetzt irgendwo dahinten stehen. Sucht überall! Findet ihn, verdammt! Digi, du guckst mich ja schon an, förmlich. Du guckst mich! Operation Kraken. Whatever it is. The Abbey here at Beaumont Saint-Denis has the answers. Meeting could be taking place anywhere. Got to find some leads. Digi, direkt vor mir muss einer sein. Tom! Und bist du, Kollege? Digi, du musst ja dann komplett woanders sein. Digi, du musst ja dann komplett woanders sein. Dann ist ein fucking Scharfschützer. Ja, da sollte ich eigentlich noch nicht hingehen, oder? Ja, da sollte ich eigentlich noch nicht hingehen, oder? Ja, das ist einfach. Das ist einfach. Mann, ich bin jetzt in die Zeit. Du bist immer noch nicht gerweis worden. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Ich hab's für heute. Das war's 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 für heute. Ich hab's 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 für heute. Das war's für heute. Diggi, wohin verschwinden die? Was ist denn über mir? Diggi, wohin! Diggi, wohin! Sucht überall! Findet ihn, verdammt! Diggi, wohin! Diggi, wohin! Diggi, wohin! Diggi, wohin! Du musst auch gleich wieder an die Katze sitzen, ne? Du musst genau da oben sitzen. und es sitzt hier keiner ok nicht gesehen, aber ich muss hier einen Cut machen und habe gedacht, für euch geht es gleich in einer Folge weiter so na los, wo bist du? Verdammter Scharfschütze! Fick dich doch so 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 Hey, this time's happening, come on! Nothing else to find? Ah! I don't know how to find this one! I don't know how to find this one! I don't know how to find this one! More men. It's all I know! What's wrong here? Ja, Mann! Geh doch mal um die Ecke! Ja, Mann! Ich hasse ihn so bescheißer, Dicke! Ich hasse ihn wie die Pest! Ja, Mann! Ja, Mann! Ticke, dass er sich immer an irgendwas anlehnen muss! Wie eine kleine Hube! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Okay, das wird helfen. Ich weiß, was ich habe. Ich weiß, was ich wissen, was ich bekomme. Ich weiß, was ich bingde. Ich weiß, ich glaube, ich... Das Konzenten ist in eine Antechamber auf den Topen der Abbe. Time to get climbing. I don't know what to do. Die Scheife. Die Scheife. Die Scheife. Die Scheife. Die einfach nur behindert. Die Scheife. 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 Die Scheife.